Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Das Campfire ist gerade vorbei und oh Junge, hat sich vieles geändert und wie krass wird bitte Season 4. Im Prinzip bleibt da kein Stein auf dem anderen. Ich glaube, das Einzige, was hier nicht ändern, ist die Hauptquest. Ansonsten ändert sich da gefühlt alles und ich glaube, wir können das Video auch schon beenden, weil das ist einfach alles so mega, mega nice. Ihr versucht das jetzt alles für euch einmal zusammenzufassen, weil das Ganze ging über 2 Stunden und für euch einmal kompakt, einmal alles durchzurattern. Direkt am Anfang der erste Dämpfer, die Season wurde verschoben auf dem 14. Mai, bedeutet ein Monat länger Season 3 und dann kommt erst Season 4. Begründung ist, weil sie einfach noch länger brauchen mit der Itemisation, mit den ganzen Implementierungen und was wirklich Menge ist. Und da bin ich auch zufrieden mit. Lieber ein Monat länger und dann läuft es und ist bugfrei oder zumindest so gut wie bugfrei. Und auch mit Hinblick auf den PTA, was ja dieser Server ist, wo man schon Beta spielen kann, wenn man die PC-Version hat, also jeder, der beim PTA mitmachen möchte, der kann sich dort anmelden, um dann schon die Betas von dem neuen Stuff zu spielen und Feedback zu geben. Ich denke mal, das alles so zusammen macht, dass das alles um einmal verschoben wird. Ist schade, aber jetzt auch nicht sonderlich schlimm, finde ich. Und dann fing es an mit Itemisation. Und ich konnte in den letzten Wochen und Monaten mit Itemisation nicht wirklich was anfangen. Deswegen versuche ich das auch einmal für euch zu erklären. Unter Itemisation, um das mal auf Deutsch zu übersetzen, kann man sich eigentlich vorstellen, alles, was irgendwie mit Gegenständen zu tun hat, egal ob es Affixe ist, ob es Aspekte sind, ob es die Gegenstandsmacht ist, ob es die Dropchance ist, ob es die Qualität oder die Quantität ist, die Menge, die fällt. All das kommt in diesem Oberbegriff Itemisation mit dazu. Und da wurde eigentlich auch alles geändert. Zum einen die Affixe. Es wurden Affixe reduziert. Vorher waren es ja immer vier Affixe. Jetzt sind es auf legendären Items drei Affixe und auf gelben Items zwei Affixe. Und es wurden auch viele Affixe reduziert, wie zum Beispiel Schaden gegen nahe Gegner, Schaden gegen weit entfernte Gegner. Aber sowas wie ein Level auf einem Skill wurde entfernt und deswegen gibt es jetzt einen Affixe, der ein Level auf alle Kernfertigkeiten gibt. Also zum Beispiel gab es teilweise Items, die dreimal Level zu einer Kernfertigkeit gegeben haben, was ja keinen Sinn macht, weil niemand spielt drei Kernfertigkeiten. Und deswegen gibt es jetzt einen Affixe, der zum Beispiel Level auf Kernfertigkeiten gibt. Außerdem werden viele Affixe hochgezogen, wie zum Beispiel Crit Chance. Das war ja früher bei 7,5 gecappt. Da wird es jetzt ein bisschen mehr geben. Andere Affixe wurden dafür reduziert. Genaue Patchnotes haben wir dazu noch nicht. Da müssen wir noch abwarten. Patchnotes gibt es dann nächste Woche. Bei Unix zum Beispiel ändert sich das nicht. Da gibt es immer noch vier Affixe. Da gibt es keine Änderung. Unix bleiben so wie sie sind. Genau das gleiche mit Uber Unix. Übrigens Unix und Uber Unix. Unix und auch legendäre Items können jetzt getradet werden. Auch wenn ihr schon Affixe auf den legendären Items gerollt habt bei dem Okkultisten. Das ist nämlich dann nicht mehr Account Bind. Account Bind wird es erst, wenn ihr Masterwork drauf macht. Da komme ich später noch zu, was es ist. Masterwork könnt ihr euch vorstellen. Früher gab es eben diese Level beim Schmied. Bis Level 5 konntet ihr ein Item ziehen. Das Ganze geht jetzt auf Level 12. Und erst wenn ihr das macht, ist das Item Account Bind und ihr könnt es dann nicht mehr traden. Uber Unix kann man immer noch nicht traden. Die wird man nicht traden können. Jede Klasse kriegt jetzt seinen eigenen Stat. Bislang war es ja immer so, dass ein Barbar auch Intelligenz haben konnte auf einer Waffe oder einem Gegenstand. Das wird nicht mehr so sein. Das heißt, Magier kriegen nur noch Intelligenz und Barbaren kriegen nur noch Stärke zum Beispiel. Das hat sich auf jeden Fall geändert. 925 Gegenstandsmacht wird es jetzt eigentlich immer geben, weil alle Gegner über Level 95 Gegenstandsmacht 925 fallen lassen. Bedeutet, sobald ihr Level 100 seid, werdet ihr immer 925 Gegenstandsmacht-Items finden und nichts mehr anderes. Juwelen werden verbessert. Dort wurde ein wenig die Verschachtelung entwirrt, weil bislang war es ja so, ey, du machst mehr Crit-Schaden, wenn du den verwundbar machst. Ey, du machst mehr verwundbaren Schaden, wenn der unter Kontrollverlust-Effekten besteht. Das war immer dieses Wenn-Dann. Das wurde entfernt. Du machst jetzt mit dem Juwel Base mehr Crit-Schaden oder Base mehr verwundbaren Schaden oder Base irgendwas anderes. Da gibt es auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Außerdem sollen die auch etwas besser werden. Außerdem wird es ein Gold-Cap geben beim Rollen. Das ging ja bisher bis ins Unermessliche. Da wird es jetzt ein Cap geben. Der ist auch noch relativ hoch, aber der kann dann auch nicht mehr weiter steigen, damit wir die Möglichkeit haben, wirklich immer, immer besser zu rollen. Apropos Rollen, vergessene Seelen haben jetzt mehr Möglichkeiten, mehr Quellen zu droppen. Das hat mir in der letzten Season, also in der Season 3, gar nicht gefallen. Da hatte ich echt Probleme mit den vergessenen Seelen. Da soll es jetzt mehr Quellen geben, zum Beispiel auch Elite-Gegner. Ganz normale Elite-Gegner haben eine Chance, vergessene Seelen fallen zu lassen. Außerdem wurden einige Materialien entfernt, sowas wie Galgengräbe, glaube ich. Sie haben da natürlich nicht genau gesagt, was, aber einzelne Erze, einzelne Materialien wurden da rausgenommen. Dafür gibt es aber auch ganz viele neue Materialien, aber da komme ich gleich drauf. Das wurde entfernt, um auch Elixiere zu vereinfachen, das Aufleveln eures Trunkes und und und. Dann gibt es manche Unics, die auf welche Vereins fallen. Ihr merkt schon, ich ratter hier durch, damit wir hier schnell durchkommen, ohne viel Blabla. Kämpfe gegen fast zwei Stunden, also wenn euch das zu viel ist, dann macht vielleicht die Geschwindigkeit nur auf 0,75. Damit ihr da mitkommt. Also manche Unics können schon auf welche Vereins fallen. Ubers können in Zukunft auch welche für vier schon von Level 55 Gegnern fallen. Natürlich sehr selten, aber sie wollen halt einen richtig krassen Impact darauf haben, auf den Drop des Items, dass das richtig satisfying ist. Das, was ja in der letzten Zeit nicht so war, ist, wir sind in den Nightmare Dungeon gegangen, sind mit 40 Items wieder rausgekommen und keins davon war geil. Wir haben drei Stunden lang Duriel gemacht, haben alle Boxen voll mit Items und nur eins davon war gut. Sie wollen wirklich diesen Moment des Item Drops so gestalten, dass der sich wirklich wieder gut anfühlt. Und deswegen werden auf jeden Fall sehr viel weniger Items fallen, mit weniger dummen Afixen. Und wenn ein Item fällt, dann hat das auch wirklich eine Meinung. Also es hat wirklich einen Impact auf euer Spiel. Kodex Änderung, die wir uns alle schon gewünscht haben, die auch schon bekannt war. Es wird keine Aspekte mehr geben. Es wird einfach einen Kodex geben, dort wo alle Aspekte drin sind. Und es wird keine Aspekte mehr einzeln geben, sondern es gibt alles als Kodex. Und wenn ihr einen Aspekt findet, also ein legendäres Item mit einem Aspekt, dann könnt ihr das legendäre Item beim Schmied kaputt machen. Und diese Aspekte levelt dann den Kodex in eurem Kodex Buch. Wenn ihr zum Beispiel einen Aspekt habt, wie der Shockwave. Ihr kennt das, mein Lieblingsbild vom Druiden, wo der auf den Boden haut, eine Schockwelle kommt. Und da gibt es ja auf einer Einhandwaffe bis zu 100%, auf einer Zweihandwaffe bis zu 200%. Und sagen wir mal, ihr habt einen Max Roll gefunden, den es übrigens auch nur auf Weltstufe 4 gibt. Dann wird der ersetzt in den Kodex und ihr könnt dann sofort immer diesen Max Roll benutzen. Das heißt, wenn ihr dann eine neue Waffe holt oder andere Waffen habt, könnt ihr immer wieder diesen Kodex drauf machen, ohne ständig diesen Aspekt wiederfinden zu müssen. Dann ein riesen neues Thema, leider habe ich die deutschen Begriffe nicht da, deswegen werden wir es auf Englisch weitermachen. Tampering. Tampering macht, stellt euch vor, ihr findet ein Rezept auf dem Boden und in diesem Rezept gibt es 4 Afixe. Ich habe jetzt keine Beispiele, weil haben keine genannt. Vielleicht kann ich mal einfach ein Beispiel, ein Bild einblenden. Ihr habt ein Rezept, das sind 4 Afixe. Dieses Rezept ist unterteilt in Offensiv, Defensiv, Waffe, bla bla bla. Und wenn ihr beim Schmied seid, dann habt ihr die Möglichkeit auf einem Item, was da jetzt 3 Afixe hat, dieses Rezept drauf zu hauen. Und dann könnt ihr random 1 dieser 4 Afixe von dem Rezept drauf bekommen. Bedeutet, ein Item kann jetzt nicht nur 3 Afixe haben, sondern 5. Das Ganze könnt ihr nämlich 2 mal machen. Das bedeutet, wo ihr erstmal jetzt gedacht habt, ey, mein Item hat nur noch 3 Afixe und keine 4 Pustekuchen. Das wird in Zukunft 5 haben. Also man hat 5 Afixe, 3 Stück von dem Item an sich. Und dann nochmal 2 Stück, die ihr einzeln mit diesen Rezepten drauf machen könnt. Richtig, richtig krass. Diese Rezepte könnt ihr da auch re-rollen. Das bedeutet, wenn ihr mal was Falsches bekommen habt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das nochmal zu machen. Um dann einen anderen dieser 4 Afixe zu bekommen. Ist ein bisschen random. Glaube ich, könnt ein bisschen, stell dir vor, ihr habt das perfekte Item. Ihr rollt darauf ein Rezept und kriegt dann das Falsche. Und könnt nur eine bestimmte Anzahl an re-rollen. Da wird es noch spannend sein, wie das Ganze im PTA angenommen wird und ob es da noch Änderungen gibt. Übrigens auch alles nicht Final. Da kann alles noch hier und da ein bisschen Feinschliff bekommen. Diese Rezepte können überall droppen. Das heißt, die könnt ihr überall schon bekommen und sammeln. Das Ganze gilt nicht für Unix. Unix-Items haben immer noch 4 Afixe. Da hat sich nichts geändert. Es gibt wohl ein paar Unix-Items, ich gehe mal stark von denen aus, von denen, die du auf Weltstufe 1 bekommst, die weder vermacht noch sacred sind. Mir fällt der Deutsche heilig sind. Denke ich mal, die könnten nur 3 Afixe haben. Haben sie nicht ganz genau in keinem Fall gesagt, aber könnt ihr mir vorstellen. Aber grundsätzlich haben die Unix immer noch 4 Afixe und dort könnt ihr auch kein Tampering drauf machen. Außerdem eine Sache, die, jetzt müsst ihr euch wirklich festhalten. Es gibt die Möglichkeit, dass ein Item fällt, was ein 150% Boosting hat mit einem Max-Roll. Heißt, als Beispiel, ich werde dir was einblenden. Ihr könnt Items finden, jetzt gerade glaube ich im Hintergrund das Video zu Ende, deswegen gehen wir einfach mal hier in die Mitte. Ihr könnt ein Item finden, was fällt, was ein Boost hat. Ich weiß nicht, ob alle 3 Afixe boosten können. Im Beispiel hatten die ein Item, was 2 Boostings hatte. Und zum Beispiel Crit-Chance und Intelligenz oder Stärke oder was auch immer ihr da drauf habt. Und das ist um 150% geboostet und Max-Roll. Und darauf könnt ihr dann noch Masterwork machen. Da komme ich gleich drauf. Aber grundsätzlich erstmal ein Item kann fallen, was ein Boosting hat auf einem Afixe von 150%. Wenn ich da gleich darauf zurückkomme. Das ist crazy. Das kann man auch sofort sehen, wenn die fallen, ist so ein bisschen wahrscheinlich dann wie ein Shiny-Poken. Und wenn das fällt, Leute, dann geht es im Stream ab. Und ich freue mich schon drauf, mit euch da auf die Suche zu gehen, die heftigsten Items zu bekommen, die richtig schön shiny sind. Übrigens, wenn ihr dann so ein Boosting-Afix habt und den dann rerollt, dann fällt dieses Boosting weg. Das heißt, ihr könnt aus einem geboosteten Afix einen anderen Afix machen, aber ihr könnt niemals einen Boosting-Afix selber rollen. Das geht nicht. Bedeutet, da müssen wir auch ein bisschen lucky sein, dort das Richtige zu bekommen. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Riesentopic und das ist Masterworking. Was ich eben schon mal angeschnitten hatte. Das ist, wie früher, stellt euch vor, die 5 Level fallen weg, diese 5 Sterne, die ihr auf Items machen könnt. Und das wurde ersetzt durch 12 Level. Und diese 12 Level können auf einzelne Afix, hatte ich ja schon gesagt, drauf kommen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt Crit-Chance oder Crit-Schaden oder verwundbaren Schaden. Dort habt ihr diesen 150%-Bonus drauf. Und darauf kommen 12 Level von dem Masterwork drauf. Wisst ihr, wie die Zahlen da explodieren können? Das wird richtig, richtig krass. Ich glaube, wenn man den perfekten Bild hat, mit nur Überwältigungsschaden und nur Crit-Schaden und dann mit Hammer der Uhr an drauf haut, dann kann der Bildschirm kaputt gehen, weil die Zahl einfach viel, viel, viel zu massiv ist. Das kann richtig explodieren. Zu Klasse-Änderung komme ich gleich noch, aber das kann richtig krass werden. Auch mit Crit-Chance oder Crit-Schaden oder dem grundsätzlichen Schaden. Movement-Speed, Attack-Speed, alles das kann komplett explodieren. Oder Cooldown-Reduction zum Beispiel, da komme ich jetzt gerade drauf. Stellt euch vor, ihr habt auch 2-3 Items Cooldown-Reduction mit 150% plus 12 Level Masterwork. Da könnt ihr einfach dauerhaft irgendwelche Cooldowns drücken. Wie zum Beispiel Teleport mit dem Oculus oder Trample Slide beim Druiden. Das kann richtig verrückt werden. Da freue ich mich sehr drauf, das in Season 4 komplett auf die Spitze zu treiben. Ja und dann Klasse-Änderungen, da will ich gar nicht zu viel verraten. Oder zu viel zu sagen, sie haben da auch noch nicht alles gesagt. Die Patch-Notes kommen auch erst nächste Woche. Die haben das nur angeschnitten, deswegen hier einmal die beiden neuen Unix, die reinkommen. Die sind ganz interessant. Allgemein kann man sagen, dass jede Klasse 2 neue Unix bekommt, anstatt nur einem. Das ist ganz cool. Aber ansonsten Klasse-Änderungen würde ich gerne im Extra-Video machen, weil sie, wie gesagt, da noch nicht alles gezeigt haben. Vielleicht ein paar Headliner. Hammer der Uram wird schlechter gemacht, weil der würde dann wirklich exorbitant stark werden mit den Änderungen, die ich gerade gesagt habe. Minion-Builds, sowohl für den Necrow als auch für den Druiden, werden um 100% stärker. Und auch einiges anderes, aber das würde echt zu weit führen. Da machen wir nochmal ein Extra-Video zu. Klasse-Änderungen sind auch jetzt noch nicht so spannend, würde ich sagen. Und dann der letzte Topic, Endgame-Content. Da hat der Joe richtig was ausgepackt und oh mein Gott. Also damit habe ich nicht gerecht. Wo wir in Season 3 ja relativ wenig Endgame-Content dazubekommen haben mit Malfas, ist jetzt mit Season 4 etwas Krasses dazugekommen. Was übrigens auch ein Eternal ist, das ist nicht nur Season. Und zwar kommt ein Update für die Höllenflut raus. Und zwar, da kann ich mal ein Bild einblenden. Höllenflut, mehr Gegner jetzt und auch oben eine Leiste. Wenn ihr die voll habt, dann wird die Leiste verbraucht und es spawnen immer mehr Gegner. Stellt euch vor, ihr lauft mit vier Leuten oder mit noch mehr Leuten rum und jeder hat diese Leiste voll und diese Leiste geht leer. Und dann spawnen die ganze Zeit Gegner und Wellen an Gegner. Und das, was ich im Video da im Campfire gesehen habe, das war schon extrem viel. Das kann richtig, richtig explodieren. Ich könnte mir vorstellen, dass da Höllenflut dann auch endlich wieder Spaß macht, wo man nicht immer zu den Missionen, zu den Aufgaben hinrennen muss. Wo man nicht Cosplay ausmachen muss, nicht irgendwelche Tricks verwenden muss, sondern wo man wirklich wieder richtig schön Multiplayer machen kann und unfassbar viele Gegner spawnen. Das ist schon mal eine sehr coole Änderung. Das Ganze übrigens auch in Weltstufe 1 und 2. Höllenflut gibt es jetzt auch in Weltstufe 1 und 2, finde ich auch sehr cool. Und ich glaube, sie haben sich ein Beispiel an Season 2 genommen. Ihr erinnert euch an die Ernte, an die Bluternte. Das wurde nämlich auch von Joe erwähnt, dass dort viel mehr Gegner waren, war viel spaßiger. Und so ähnlich soll jetzt auch die Höllenflut aufgebaut werden. Und so sah es auch im Video aus, um echt zu sein. Übrigens hier, wo wir es gerade im Hintergrund haben, das hier ist das Tampering. Ich habe bestimmt auch ein Bild eingeblendet, aber hier im Hintergrund geht es gerade um das Tampering, also das Rezept, um mehr Afixe auf ein Item zu packen. Boss Materialien, wie zum Beispiel Scherben, Lebender Stahl, die Eier und so weiter, können jetzt auch woanders fallen. Nicht nur von den Endbossen, sondern auch von ganz normalen Gegnern, von Elite-Gegnern an vielen verschiedenen Stellen, viele verschiedene Quellen, wo jetzt diese Items droppen können. Wie zum Beispiel auch von einem Schatzgoblin, der kann die auffallen lassen. Also in Zukunft wird es nicht mehr sein, dass wir nur noch Höllenflut machen müssen oder nur grausige Gaben, um Dukil herauszufordern. Da wird es dann auch noch andere Quellen geben, um diese Items zu bekommen. Wir hatten ja auch in Season 3 schon mit Malpha eine Quelle, der auch ab und zu ein Bossmaterial fallen gelassen hat. Das wird noch weitergeführt in Season 4. Und dann wurde ein neuer Boss gedroppt, Leute. Andariel kommt zurück. Vielleicht kann ich mal gerade ein Bild einblenden für die Leute, die Andariel nicht kennen. Ich hatte bisher immer gedacht, Andariel wäre ein Mann, aber nein, Andariel ist eine Frau und wird zurückkommen. Und Andariel wird das Pendant sein zu Duriel. Für Duriel müssen wir ja einmal Scherben haben und Eier. Und für Andariel, die haben wir bekommen von Varshan und dem Konstrukt. Wie hieß das denn nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Ihr wisst aber, was ich meine. Und für Andariel müssen wir das Icebeast besiegen und Lord Sia. Also wir haben jetzt einmal Duriel, zwei Gegner, Varshan und das Konstrukt. Und für Andariel, Lord Sia und das Icebeast. Und Andariel wird genau die gleichen Drops haben wie Duriel. Das heißt, die 2% Uber Unique Chance plus das komplette Unique Drop Table von Duriel. Dann wird es eine Möglichkeit geben, die Bosse auf einer höheren Stufe zu herausfordern. Und bis Stufe 200 geht das. Nicht Level 200, Stufe 200. Das heißt, Base und dann bis Level 200 durch ein neues Item, was ins Game kommt. Diese ganzen neuen Items werde ich hier in dem Video rauslassen. Weil ich bin jetzt schon bei 20 Minuten Aufnahme und ich bin noch nicht am Ende. Das würde echt zu weit führen, diese neuen Items. Da sehen wir dann, wie die Season draußen ist. Aber es gibt ein neues Item, damit können wir höhere Level der Endbosse herausfordern. Und die haben dann mehr Drops natürlich und auch eine erhöhte Chance, Uber Uniques fallen zu lassen. Und dann kommt Avatar of Sia zurück. Also eine abgewandelte Form vom Schlachthof. Sie nennen das das Pit. Ich wende da immer ein paar Bilder dazu ein. Und das Pit ist relativ ähnlich auch wie das Schlachthaus. Man startet, muss in einer bestimmten Zeit vor Gaben Gegner besiegen. Wenn man die Gegner besiegt hat, dann kommt noch mal ein Endboss. Und wenn man den Endboss besiegt hat, kriegt man Items, Materialien. Und vor allen Dingen die Materialien, um das Masterwork zu benutzen, um seine Items auf Level 12 zu bekommen. Heißt, das ist auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall spielen, um diesen Masterwork bis Level 12 zu machen. Und auch die schwierigen, seltenen Materialien, um das Masterwork zu machen auf Level 12, kriegt man auch erst in den höheren Dungeons. Das Ganze fängt an auf Level 100, Gegner auf Level 100 und geht dann mit jedem Level ein Level hoch. Sollte also auf Level 100 easy machbar sein, um dort dann sich immer weiter hoch zu kämpfen. In diesem Dungeon selber gibt es keine Drops. Und wenn man stirbt, ist man auch nicht direkt draußen, sondern kriegt einen 30 Sekunden Penalty. Das ist in den tieferen Pits auf jeden Fall noch einfacher zu verkraften. Können wir vorstellen, dass das in den höheren vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Aber das sehen wir dann. Es gibt auch keine A-Fixe wie Malus oder sowas. Da müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Es ist also wirklich einfach nur durchrennen, Gegner wegknüppeln, Endboss besiegen. Und dann, das ist übrigens auch kein besonderer Endboss. Das können ganz viele verschiedene Endbosse sein, die es im Spiel schon gibt. Im Campfire-Shit hatten sie so einen Bogenschützen, ganz normalen. Also nichts besonderlich Spannendes. Ja, und das ist alles, was ich mir aufgeschrieben habe aus dem Campfire. Und ich muss sagen, Junge, das war viel. Patch Notes kommen erst nächste Woche. Da wird es noch viel, viel Fail mehr zu erzählen geben. Aber alleine, dass ich hier schon 20 Minuten non-stop, ohne dass ich Luft holen kann, quatschen kann. Also extrem, extrem viel. Natürlich auch noch viele Fragezeichen. Die werden dann vielleicht mit den Patch Notes oder dann erst mit Season 4 wirklich weg sein. Es gibt ja auch einige Streamer und YouTuber-Kollegen, die wahrscheinlich Zugriff zum PTA haben und dann ab dem 2. April noch mehr Informationen teilen können. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten mit dem PTA und was da hinzukommt und welche Feinheiten dort noch auf uns warten. Wie gesagt, Season 4 hat sich verschoben auf dem 14. Mai. Das ist ein bisschen schade. Aber besser spät als irgendwie verbuggt oder sowas. Freue ich mich aber trotzdem schon sehr drauf. Season 4 werde ich wieder richtig reingrinden. Und ja, schreibt mal gerne eure Meinung zu Season 4 unten rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand nicht happy mit ist. Das ist bombastisch, was da reinkommt für eine Season. Und ich muss es auch einmal hier nochmal sagen, auch wenn das Video schon zu lang geht. Aber ich habe mir gedacht, diese 4 Leute, die da sitzen, die arbeiten Vollzeit bei Blizzard an einem Game, was schon ein Jahr draußen ist. Ich habe das Spiel schon seit fast einem Jahr und ich zahle kein Penny jeden Monat. Und die hauen so viel Content neu raus, den ich umsonst bespielen kann. Ich finde das so ein geiles Konzept. Und auch wenn ich oft abhäte über diesen Online-Zwang und MMO und sowas. Aber das ist schon echt bewundernswert. Und gerade auch im Hinblick auf andere MMOs, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Ein sehr, sehr geil, wie doll verzweigter mit der Community zusammengearbeitet wird. Und wie gut die Kommunikation doch ist über Campfire Chat, über Patchnode, über Twitter und, und, und. Und da auf jeden Fall mal ein dickes Shoutout an Blizzard, die da auf jeden Fall einen sehr guten Job machen. Wie ich finde. Ja. Ansonsten wie immer würde ich mich sehr über Follow freuen. Sehr über ein Like auf das Video und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.